Wenn sich jetzt ein ansonsten gesunder Mensch richtig ernähren möchte, sein Gewicht halten möchte, worauf kommt es denn da ganz besonders an? Ja gut, die Ernährung spielt hier eine zentrale Rolle. Sie muss natürlich den Körper auch optimal versorgen mit allen wichtigen Nährstoffen und da gibt es viele. Aber wenn es jetzt um das Thema Übergewicht geht, ist es natürlich wichtig, dass man auch auf den Energiegehalt achtet. Und es gibt heute eben verschiedene Möglichkeiten, wie man das für sich regeln kann. Wenn man das jetzt in Nahrungsmitteln runterbricht, dann würde man sagen, das sollen vor allem pflanzliche Lebensmittel sein, viel Obst, viel Gemüse, auch viel Vollkornprodukte, die ja auch gut sättigen. Beim Fleisch eher weniger, da essen wir im Durchschnitt zu viel. Wurstwaren sind eher ungünstig, weil sie oft auch sehr fettreich sind. Ansonsten sollte man natürlich mit Zucker und Salz sparsam umgehen, auch mit dem Alkohol. Bei Zucker sollte man natürlich vor allem auf die zuckerhaltigen Getränke verzichten. Und wenn man das macht, hat man schon sehr, sehr viel erreicht und tut sich auch leicht mit der Gewichtskontrolle. Bei Zucker ist der Gewichtskontrolle. Bei Zucker ist der Gewichtskontrolle. Vielen Dank.